So, beim letzten Mal Beim letzten Mal haben wir diesen komischen, merkwürdigen Typen Er siegt und so weiter Perfekt von der Perfekt Perfekt Also beim letzten Mal haben wir diesen komischen Typen besiegt und Polizei übergeben, glaube ich oder so Anakoschaut ihre Power Ranger, sehr gut Spend Time outside Dienstag So Ich muss ja immer noch diesen einen komischen Job annehmen Geht, glaube ich aktuell noch nicht Weil mir Ich glaube Understanding oder Expression fehlt mir Nein, nein, Moment, den habe ich ja schon See Others Tutor Understanding Brauche ich Okay Okay Was denn Ist das neue Buch schon draußen? Okay Okay Hier ist da Yukiko ist da So mit denen könnten wir Zeit verbringen Gehe aber erstmal durch hier rein Das ist ein Englisch und Synchro Stimme Kann ich zum Kindergarten Muss ich gleich mal schauen Vorher verkaufen wir erstmal alle Materials 138.000 Yen Oh, okay So Der macht uns erstmal paar neue Sachen Gothic Sword Okay Entschel Kozuka Rohing Kunai Ich bin weich Das ist richtig Das ist richtig Masquerade Hanachiru Sato Okay Drei Dungeon Ich weiß gar nicht Mindestens Madam's Charm Inversion Fan So viele So viele Fächer Die ich nicht brauche Skill Greaves Ja und Dungeons sind super Zum Geld verdienen Cowboy Boots Schuhe brauche ich auch nicht Weil Cheer benutze ich auch nicht Bicham Bichamonten Steel Plate Jetzt kommen KG Waffen Das ist gut Hardboard 200.000 Yen 524 Yen In Euro 2316 Yen Und 60 Cent Aber immerhin Chi und Yukiko Trotzdem gut ausrechnen Ja Kann ich Ausrüsten meine ich Kann ich schon machen Mache ich aber erst Wenn ich Wenn die anderen Die ich aktuell benutze Weil ich weiß nicht genau Ob ich Yukiko Und Chi Überhaupt Irgendwann nochmal Trotzdem bräuchte Vielleicht kommen die Trotzdem noch In meinem Kampf Dazu Oder so Ich bin mir aber nicht sicher Mal schauen Aber vorher kaufe ich mir Auf jeden Fall Erstmal Einiges an Heil Items Und so weiter Und natürlich Ausrüsten Und so Okay Das war's Also Waffen Ich hab einige Waffen Bekommen Edge und Gothic Sword Edge Beides besser Gothic Sword Okay Edge Dann Ist drei Strength auch noch Wunderbar Verkaufen wir das Verkaufen die alte Waffe So Duschke 17 Angriffspunkte weniger Aber dafür trifft's öfter Ja Nehm ich Nehm ich die So Chiyo Kiko Springen wir erst mal so Kanji Das ist um einiges Und plus drei Strength Super Teddy Ähm Teddy Hat Nix Neues Doch Drunken Fist Plus Exhaust Okay Und an sich Stärker Und höhere Trefferchance Sehr schön Drunken Fist Bin ich sehr gespannt Wie die aussieht So Rüstung Teddy Oh ja So Kanji Ah Jutschke Und ich Ah ich hab an sich schon Bessere Rüstung Gott Sehr gut K Ich hab mir noch Super Ach Okay Accessoire Was haben wir da noch? Reduce the chance of confusion. Restore 2% HP. The style of Wera's turn in battle. Zell-Item. Die ganzen Dinger die ich nicht brauche. Zell-Item. Okay. Spannable. Okay. Quest-Item. 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 50 HP. 50 HP. 25. Chest Key. Das Zeug benutze ich nicht. 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 Ich bin schon ein Mal. Escaping Battle. Leap Dungeon. Curse Publishing. Cures. Bum bum. Okay. Ein Item habe ich ja, das ich glaube ich jetzt schon mal abgeben kann für... Quest... Und dann sind... Das ist... Buchzeug... Flood Plane... Schule... 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 Geben wir das eine Item ab... Und dann... Schauen wir mal ob wir zum Kindergarten kommen... Können heute oder... Nicht... Das war falsch... Das war die falsche... Falsche Gegend... Ach ja und ich wollte Heil Items... Kaufen... Machen wir das auch noch schnell... Bevor wir irgendwas anderes machen... Was auf Mädchen... Das Blumen wollte... Wolltest du Blumen? Ah ja... Value Medicine... Nice... Nice... Gott... Ein bisschen Geld muss ich mir natürlich noch... Aufbewahren... Für... Ähm... Für Shopping Kanal und so... Kommt bestimmt... Wichtiges Zeug... Oder gutes Zeug... Bei Item... So... Ich will Sachen... Hauptsächlich... SP Heil Zeug... Hat... Nicht... Warum hat denn die kein... Es... Zeug zum... SP Heilen... So ein Bullshit... So ein Bullshit... Top Beleber... Sind wichtig... Ah... Kein SP Heil Zeug... Das wäre das... Wäre eigentlich das Wichtigste... So... Speichern wir mal schnell... So... Dienstag kann ich da... Ich... Glaub nicht... Glaub Dienstag nicht... Montag... Freitag... Und Samstag... Montag... Freitag... Samstag... So... Ok... Wie sieht's denn da aus... Pico... Rang 4... Chie... Rang 3... Der Band haben wir... 9... Krankenschwester... 8... Bei den... Sportsleuten... 9... Beim Fuchs... Ein paar Tage... Das ist richtig... Hm... Was machen wir denn... Steht da zufällig... Anji rum... Das ist richtig... Krankenschwester ist... Wunderbar... Ah... Chie... 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 Oder hab ich... Ja... Ich hab... Persona für Chie... Gut... Ja... Trainieren... Yeah... 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 Oh... Hey... Chie... Whatcha doing... Takashi... Well... Training... I'm working out... Huh... When are you gonna graduate to being king of the hill? No... That's not it... King of the hill? King of the hill? Kindergarten... It was the runt gang... In elementary school... You were an ally of justice... Middle school... It was the vanguards of the lunch revolution... Wasn't it? Haha... So... What is it now? You are protector of earth's peace? Well... Exactly... Huh? Chie is surprised... Oh... Uh... I didn't mean that in a mean way... I'm Takeshi Kono... I was with Chie up until middle school... I'm not gonna get in you guys' way... Uh... Wait... What are... What are you... Oh... How's Yukiko-san doing? Does she have... Does she have a boyfriend yet? She's fine... And I don't think so... I see... Cool... Cool... She's still good looking... Maybe I should try for her again... I'll see you later... Say hi to Yukiko-san for me... You look somewhat sad to see Takeshi leave... What should you do? Oh... Cheers... Aha... Ne... Joke... This mag Chie doch bestimmt... You pulled out your best joke... You showed Chie your impression of a... Different Takeshi... What... Was that supposed to sound like him? Cheers... Law thing hysterically... Sehr good... I'm sorry... You really is rude, huh? Seriously... He was always staring at Yukiko... Hey... Don't get me wrong... He's not... He's nothing but an old classmate to me... We're just friends, you know? We used to get to that a lot... Though... Chie smiles somewhat sadly... You felt that you learned something about Chie... Fear... 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 Yes... But that's... But that's all in the past... Let's head home... Okay... See you later... Yeah... Tschüss Chie... Ah... Another core... You play a link to the past... Very good... Spent the night... Keine... Keine kranken Schwester-Zeug heute... Dann... Gehen wir... Übersetzen... Das ist ja glaube ich... Understanding... Ne... Moment... Expression... Fuck... Wir lesen... Das nächste Buch toll... Ist gar nicht mal so... Ist gar nicht mal so verkehrt... Na... Moment... Wie kann ich resetten? Moment... Dann resetten wir das... Schnell... Ich habe ja abgespeichert... Na... Machen wir das nochmal... Äh... Moment... Wo kann ich... Reboot... Machen wir das nochmal schnell neu... Ich habe ja abgespeichert... Also ich... Das ganze... Zeug gekauft habe... Oder... Irgendwann habe ich abgespeichert... Event mit G nochmal... Ja... Es geht ja schnell... Klicke ich schnell durch... War ja recht... Kurz... Kurz das Event... Und vielleicht... Wähle ich auch was anderes aus... Oder so... Schnell schon... Flower brooch... Okay... Da habe ich noch... Habe ich 11 von... Weiß es nicht... Aber habe ich... Anibiotic Gel... 30... Ja... Okay... Ich habe... Gut... Dann... Gehe... Yo... Verbringen wir ein bisschen Zeit... Ich glaube... Bei der ersten Antwort... Hat sie... Hat sie... Nicht... Besonders... Darauf reagiert... Oder so... Halt nicht... Nicht... Gut... Darauf reagiert... Oder so... Nicht... Nicht... Super duper... Gut... Meine ich... Ah... Was nehmen wir dann... Exactly... None of your business... Quick... Quit... Begging on... Reaktion... Gut... Hm... Ich versuche es mal da an... Ich versuche es mal da an... Warte... Was sagst du? Da! Da... Äh... Hier... Das ist... Sound... Und... Soundeffekt... Und ähm... Musiknoten... Aus dem Kopf... Das ist immer gut... Cheers and Panic... Jetzt kommt... Das ist ja... Ja... Wie nennt immer... Meanway... Blablabla... So... Ich meine an sich... Die Reaktion war... War schon gut... Also war nicht negativ... Bloß es gibt... Wenn... Wenn bei einer Reaktion... Diese... Diese Noten... Kommen... Und so weiter... Oder nicht kommen... Besser gesagt... Dann heißt... Es gibt... Sehr wahrscheinlich... Eine Option... Die besser ist... Oder so... So... Äh... Cracker Choke... Das hat sie ja gemocht... Ja... Bei mir steht auch... Über 100... Über 100... Bisschen merkwürdig... Bei einer Zuschauerliste her... Sieht es aber... Normal auf... 18... Ich hostet aber auch niemand... Spinnt Hitbox wieder... Kann gut sein... Weiß es nicht... 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 Auch niemand... Niemand... Sonst... Als... Amadeu und... Der Bot... Selbst... Ah... Keine Ahnung... Wer weiß... Wer weiß... Ähm... So... Buch... Buch lesen diesmal... Und... Du hast jetzt ein Buch... Und... Du hast jetzt ein Buch... Ich mach mal sicherheitshalber... Safe State... Was ist denn das für... Achso... Ich hab kein Buch... Ne... Ich hab mich verlesen... Habe ich mich verlesen... Ähm... Jetzt muss ich mal schnell schauen... Was brauche ich... Ich brauche... Understanding, oder? Understanding... Oh... Ähm... Ist doch mal... Oh... Oh... Ups... Ich würde mal nicht ein falsches Buch auswählen... Ich würde mal nicht ein falsches Buch auswählen... Und eine Bläser... feels ehrlich... Leider... malicious... , No-ak... Vielen Dank. Bei mir ist 141. Keine Ahnung, was bei Hitbox wieder ist. Oder vielleicht schauen tatsächlich so viele Leute dazu. Wäre ein bisschen, aber... So, the man... Okay. Okay. Witch Detective... Okay, perfekt. Das war jetzt geraten, aber... Okay. Ich habe nichts Anständiges gefunden, zumindest. Also ich nehme an... Diese... Das, was mir angezeigt wurde, waren Überbegriffe. Ich meine, Witch Detective. Danach hätte ich jetzt nochmal suchen können, aber... Ihr Verständnis hat erhöht. Das ist gut. Und Diligence. Okay. Gut. Warte für die Polizei, um zu gehen. Okay. Dann... Dann gucken wir mal. Will irgendwer Zeit mit mir verbringen? Natürlich. Und wer ist es? Hallo? Es ist mir. Ich... Ich... Ich will irgendwo gehen. Du kommst, richtig? Ah, von mir aus. Cool, nicht zu lange. Die alte, die ich sowieso nirgendwo finde, da ist es ganz gut, wenn die mich mal anruft. Wenn die mich mal anruft. Wenn die mich mal anruft. Um mit mir Zeit zu verbringen. Ihre Stadt vom Nachfolio. Du kamst hier, mit dem wir. Also, was willst du tun? Ich bin kind der Zeit von diesem Ort. Es ist nichts mehr zu tun. W darfst du mich dann? Ich auch. Ich kann ihn nicht gut einschätzen. Ich kenn ihn nicht gut genug. Aber man kann es nicht gut einschätzen. Um die... um die... um die... I, I agree. Hey, you're not allowed to get bored. Ja, das war meine Befürchtung. I choose you to come here with me so you better enjoy it. Ja, das war meine Befürchtung, dass die... Oh, Senpai! Senpai, ja. I didn't think you'd have time to be making small talk with other girls. Rude. I believe life was talking to me. It's rude to interrupt. What's wrong with you? Don't you dare talk to other girls when you're with me. You've had an exciting day. You feel a relationship with I is going to become closer soon. Was? It's been some precious moments with I. What's this reason? I don't know who else is at home, big brother. But it wasn't even a real event. Delivery. Maneki Neko. Ah. Neki Neko and Giant Candy, Price-Sticker. This is the Maneki Neko. Increases luck by feeling. Can work as a janitor. Ah, ok. Bisschen cleaned. Blablablabla. Courage ist erhöht. Wie immer eigentlich. Wer bist du denn? Hey, du, du kannst hier stoppen, zu cleanen. Wir werden in diesem Raum geholfen werden. So, kannst du alle deine Klinik-Supplies aus hier aus? Ist da eine Erdung? Wer hat er, zan? One der Universen hat sich jetzt verlassen. Er braucht zu resten, aber die Doktorze, auf dem Break, sind die Lange, so... Sie sind überwacht. Ah, nicht zu sagen, dass ich jemandem gesagt habe, ok? Okay, I'd rather not get hauled in for a review. Here, help me. Nurse laid Sayoko down on the bed and injected her with a syringe. She didn't have to do that. I was just a little wobbly. It's important to us. Then what if there's no time to rest? There's always work waiting for me. I'm lucky they didn't tie me down with an IV. I'm alright now. I'll be going. Zim Sayoko is still set on continuing to work. What should you do? You should heal thyself. What? Just take it. I don't know. Shut up. I mean, I might be able to save someone's life. I need to do what I can. I can't spend time worrying about myself. Otherwise, I'd never be able to face him again. You want that? You're doing it for yourself. Just running. Would he want that? Of course he would. Wouldn't he? Oh, I see. I was doing it for myself. Nur Scheiss antworten von mir. I wanted to escape the pain. I was working hard to avoid feeling anything at all. I see that now. I'm so stupid. Sayoko seems to be holding back tears. I get it. Yeah, I get it. Thank you. Kind thing. Gerne doch. Sayoko tries to smile. You feel that you were able to give Sayoko some support. Cutting. Okay. I'm going to rest for a little while longer. You can't go now. Don't look at me. Look at me. Uh. Uh. So. Wann geht denn eigentlich Schule wieder los? Wait. Okay. Ey, ich geh raus. Wann war Kindergarten? Montag, Freitag und Samstag. Weißt heute erstmal nicht. Wieder nicht. Ah. Uchi steht rum. Yukiko steht rum. Da steht Kanji eventuell da hinten rum. Da stand er glaub ich zumindest in Golden immer rum. Ja, da steht er. Aber bring mir ein bisschen Zeit mit Kanji. Yo. Yo. Sweet. You wanna stop by my place. Ma said she wanted to meet you. Ma said she wanted to meet you. Oh. 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 Eh. Sensible Shopping district. Sie kamen zu Tatsumi Textiles. Wenn er irgendwo wäre, dann wär's Junius, glaub ich. Gotta warn you, there's nothing fun here. Hey Ma, I'm home. She ain't here. What's she doing, leaving the store open? Kanchan, there you are. Your mother is in the hospital. The hospital? Nicht hell, hospital. Let's hurry. Oh yeah, I need to go and see. I only heard from a customer, but she is at Inaba Municipal Hospital. Hurry, go. Yes sir. God knows. There is he. Ma. You're right. You were taken to the hospital. Someone do this to you. Goodness, but you look pale. Never mind me, what about you? Huh? You okay? I wasn't taken to the hospital, I took someone. Huh? The poor thing got hit by a bicycle right in front of our shop. He hit his head, so I had a doctor examine him. He said there is no damage, thank goodness. The one who hit him was a boy from your school. When he saw the poor child fall, he ran away. Why don't you fight him and give him a little scolding? Cut the crap. You've got no idea how I felt. Haha, I'm fine. Your mother isn't kicking the bucket that easily. It's not like you to get so worried over such a little thing. Shut up, you old cow. Masukaji. Sorry. Looks like I was no big... It was no big deal. That's good. Yeah, but... Country still looks the best. I thought I faced allah my bad parts back there. Allah. Ach so... All of... Allah. But not everything can change just like that, huh? Oh, sorry for dragging you around. If I'd been by myself, I might have been even more scared. Hope I can repay the favor. As soon as you were able to support Kanji, he sends his trust in you. Yay. Was für'n Rang haben wir bei dem eigentlich? Drei. Drei ist gut, weil jetzt kann er glaube ich noch irgendwas machen, na? Ja. Performer Follow-Up Attack. I'm going home. That boy. We were both going home. He didn't have to run away like that. Oh, your life, Goon. You came to our store with Yuki-chan, right? I've been hearing a lot about you from Kanji. Senpai this and Senpai that. He must really like you. I'm sorry to have made you both come all the way here. He hates hospitals, isn't he? His father, my husband, died here. Kanji happened to be somewhere else when he collapsed. So I think he was scared today. Aha. But it's good to see you. He's always had trouble getting along with people. He didn't have any friends like you before. Because of his looks. No, he was so cute when he was young. When was it that he began to wear scary clothes like that? He would always rather play house instead of catch or go home. Go to home easy. Home education instead of physical education. So he never had any male friends but the girls didn't accept him either. After a while he started getting into fights everyday and bleaching his hair. I was worried about him but lately he seems to be having fun. Please take care of him. If you understand Kanji a bit more, I parted with Kanji's mother and went home. Hey guys! Hey guys. You are not in trouble, he is at all. Good work! Can you report to today's progress? Can you report today's progress? Standard stuff. Vielleicht beim nächsten Mal. What should you do? Freitag. Das heißt, jetzt kann ich... Wenn ich reingesehen weiter bin... Ich glaube ja. Ich glaube ja. Na okay, mit dir verbringe ich auch kaum Zeit. Lieber der Trip oder lieber... Oder lieber Kindergarten. Machen wir lieber Kindergarten, weil wenn Schule wieder ist... Ich bin mir sehr sicher, dass irgendwann wieder Schule ist. Dann kann ich ja mit dem trotzdem noch Zeit verbringen. Wenn Schule ist, dann kann ich ja... Ach ne, kann ich ja auch... Na egal. Zu spät. Zu spät. Zu spät. So. Joa. Ich hab keine Persona. Für... Die da. Na ja. So früh im Social Link Zeug braucht man. Nicht unbedingt. Ja. Unsere gerne Kinder sprechen von all Deutsch. Und ich bekomme hier Understanding. Was auch wichtig ist. Ich fühle die Verbindung zu werden. Ich bekomme die Verbindung zu werden. Mh. Okay. Sechstausende. Oh. 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 And then it is. Mit. Tollen. Oh. Chuck. Pieter. Heitergeiziger. Oh. Pikeinitious ist noch garancynen. Kommッ. Vibe und второй opphaltung. WTwitter. HORViplicht. Die politics. So, es ist uns. Yes! Wir haben einen Wohnzimmer-Hospital-Empty-Hospital-Room. Sayaka asked you to come here. I'm sorry. You're already done with work today, aren't you? I wanted to say goodbye. Goodbye? I'm leaving this hospital today. Sayaka looks straight into your eyes. I grew to hate hospitals, all the life and death. In the end, everyone leaves, leaving me behind. I was lonely. Then I remembered that I wanted to help. I became a nurse, because I wanted to save people's lives. I couldn't see that it was as simple as that. No, I probably didn't want to see it. Sayaka smiled gently. But for me, it's hard to see it. But for me, it's hard to see it. It's hard to see it all the day. I don't think that the one who would show me this is just some kid with a wreck in his hand. I tend to go for older Richmond, and I landed a child. So, I'm going. I'm going to find that path I gave up on. I thought I couldn't do it, but I will walk that road. I'm going to be my own guide. Thinking, walking, taking responsibility for myself. Once I've done all that, I think I can finally say that I've truly lived. Can I take this? Was? Hospital ID? I give you the person I was when I was here. Sayoko looks at you gently. You feel a strong bond between Sayoko and yourself. Let's give me the person. Max! Nice! You are die and I am thou. Thou hast established a genuine bond. These genuine bonds shall be your eyes to see the truth. We bestow upon thee the ability to create Beelzebub, the ultimate form of the devil arcana. I can't believe it. As a person. Nurse Social Link has reached its maximum level. You have mastered the Nurse Social Link. Your power to create Personas of the devil arcana has reached its maximum level. The Livestream has forged a bond that cannot be broken. By mastering the devil Social Link, you can now fuse Beelzebub, the prince of lies. I will say this, it's as much to myself as it is to you. What's right, what you should choose to do in life. The answers to those things lie within you. So long. Sayaka left, never looking back. You decided to go home. 5,000 yen. What do I want to find with the ID? Let me look at it. When it rains on Saturday, it means I can't go to the kindergarten. Oh shit. The forecast said that it will be clear tomorrow, so it doesn't seem like you will need to worry about the fog. I can do... Pfff... This dauert ja noch ewig, bis es story-technisch weitergeht. Item... Hospital-ID. Ich hab's noch. Sayakus Name-Tag, it's filled with memories of your time together. Also, symbolisch. Jetzt kann ich Bild-Bub machen. Ja gut, äh, wenn's sowieso regnet, nehme ich auch an, dass alle anderen Leute nicht... Dass alle anderen auch nicht draußen stehen. Dann lese ich lieber mein Buch weiter. So. Bis zumal, jetzt regnet's ja. Jetzt... ...müsse ich eigentlich... ...mehr lesen können? Ah nee. Ist nur beim... Nur beim Lernen. Schade, schade. Andernicu. Es regnet. Ja, sie sieht aus, dass sie nichts macht. Ja! Ich bin zurück! Willkommen zurück! Dad! Entschuldigung! Ich bin zurück! Willkommen zurück! Das Papier? Scheduling of parent-teacher interviews. Sehr gut! Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal, okay? Du musst nichts schreiben. Du musst nicht kommen. Just another case to you, right? It's more work, isn't it? Bad people and everyone else are more important to you than me, huh? You're not real. You're not my real dad. Naraka, wait. Let's get into her. Let's go look for her. Yeah, yeah, you're right. Now is not the time to stand around asking questions. Tojima not strongly. I'll go to Jack Juness live. You can go around the shopping district. How is regnet? You need to find Naraka. In the rain. You don't see Naraka in the rain-swept shopping district. Hey! Hey, life! What? I ran into Tojima-san at Juness and he told me what happened. Help. Sheesh. Nanako is up going, yeah. You could have just asked. We got a call from Yosuke-kun. I'm sure if we all look, we'll find her. Hey, do you know what kind of places she might have gone? The place where Nanako would go. Recall that Nanako said her family used to go to the Samegawa River when her mother was still alive. You told your friends about that. The river, huh? All right, life. You head straight there. That's our best bet. And the rest of us will split up and look around. If anyone finds anything, give the others a ring, okay? Did you find Nanako? Where is she? Nanako! Could you talk to her? I'm not her real father, huh? Please. Life, you should go pick her up. She'll listen to you. That's not true. No, it is. You have family much more than I am. As long as Nanako is okay, I'm fine. Big bro. You're dead, Zwarich. Liar. Nanako looks like she's about to cry. I told Nanako that her father was the one who found her. He was looking for me? Did dad say anything about the river? Did he forget about mom? He never talks about her. I wanna see mom. Nanako is struggling not to cry. Through Nanakos fears resolve, you feel that your relationship with her has grown deeper. Can't be the way down. That's right. Okay. Komisch, komisch. I'm zeeven. Dad must have forgotten, mom. There aren't any pictures of her at home. He probably threw them all away. He's going to throw me away too. Yeah. He won't abandon you. I'm going home. Let's go home together. I can't really talk to people today. You called your friends and told them that Nanako was safe. You returned home with Nanako. Mhm. Warten. Sonntag. Machen wir den Sonntag dann noch und dann. Am Abend speich mal ab. Wohin soll ich gehen? Sind Sie heute frei? Ja, ok. Wo sollen wir gehen? Shopping? Ah, ich hab eh nicht genug Geld. So sei Daigaku. You came with Reese's Ernest Request. I can't take another bite. My stomach is full. But that really hit the spot. I've been wanting to come here. But it's a little embarrassing to show up alone, you know? Just order take out. How little you know somebody. Ernsthaft? Fuck off. Redenscheiß. Ich kann... Nah. It's the atmosphere that's important. The meal itself isn't everything you know. Ach doch, jetzt, jetzt, äh, hier. Wird dann doch, doch mal was richtig gemacht. Reese's voice is swelling with pride for some reason. Warum haben denn die überhaupt so komische... ...komische... ...boxen... ...als Sitzfläche? To tell you the truth, I've wanted to do this, since I was a child. My parents were actually pretty strict. Warum steht denn die eigentlich immer so breitbeinig da? Ist leicht irritierend. I didn't really have many friends. Though I guess the culprit... ...that couldn't be helped. Mein Gott. ...since I hardly ever showed up for school. Ah, that's enough. Talk about that. What a depressing subject, huh? Let's talk about something fun. After all, I don't want to waste the time we have together. It's so great that I came to this town and met you. Really, I'm serious. Reese's smiles naturally. You feel your relationship with Reese has grown deeper. So, why don't I start by asking what kind of girl you like? Let's go, Senpai. You dealt with Reese's barrage of questions until it became dark. Then went home. Tell me what you want, Reese. Then I can tell you that I've already had a friend. Oh, okay. How much money do I have? 24.000, yeah. What a happy job would be. I could have done it. But probably not. Yeah. Na, come on. That's right. Na, come on. Na, come on. Na, come on. Good. That's enough to be with Persona 4. Eventuell geht es beim nächsten Mal mit Story weiter, eventuell auch wieder nur Social Link Sachen. Wir werden sehen.